2 2 3 4 4 5 6 5 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 19 20 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was soll ich sagen? Passiert. Was soll ich? Okay. Das war scheiße gelaufen. Aber da konnte ich jetzt X für. Da konnte ich jetzt X für. Das war einfach eine Scheiß-Situation. Ich weiß nicht, wer da hinterher kam, ob das ein zweites Team war oder ob das ein zweier Team war. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Dafür waren sie zu weit auseinander. Ich vermute mal, dass das Bounty Team jetzt hinterher kam. Oh Mann ey. Aber ich habe ja gar nichts mehr gesehen. Ich konnte jetzt nur werfen und hoffen. Ein, zwei getötet. Ein, zwei getötet. Alles gut. Den Einzelspieler? Ja klar. Ein Doppelding hat rausgegangen. Aha. Der hat sich wiederbelebt. Der hat sich wiederbelebt. Da ist das Geheimnis. Hat er einfach ein gutes Timing gewesen. Das ist alles. Oh ja. Kann ich wieder leben. Neuer Charakter. Neues Glück. Und diesmal hoffentlich sehr viel Glück, weil mir geht langsam, fängt man an, das Geld wieder auszugehen. Ich habe nur noch 5000, wenn man sich vorstellt, dass jedes Mal jeder zweite Charakter und tausende verschluckt, ist das nicht mehr viele Optionen, die man hat. Und alles, was ich in Rente schicken konnte, habe ich in Rente geschickt, ohne dass es großartig Geld eingebracht hätte. Naja. Einer ist noch gestorben. Trotzdem. Irgendwie. Naja. Ich habe jetzt aber auch schon ein paar Runden hintereinander Charaktere verloren. Die fleißig gucken. Die werden es ja auch gemerkt haben, dass ich die letzten Runden recht erfolglos war. Zwar viele Kills, aber nie gesund rausgekommen bin. Ja. 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 Es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird und man hört dann genau Krähen hochgehen. Es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Ich würde sagen, er wird schon gemacht. Es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Ich würde sagen, er klettert außen an der Kirche lang. Da habe ich mit meiner Waffe... Weiß ich nicht, ob ich da Chance gegen habe. Da ist noch eine Kriegspartei dazu gekommen. Ich würde sagen, es ist immer lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Ich würde sagen, es wäre lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Ich würde sagen, es wäre lustig, wenn es mit einem Schlag zu leise wird. Das war nicht gut, da hätte ich besser die andere Richtung gewählt. Jetzt, wo man in Ruhe darüber nachdenkt. Die Schritte gingen nach rechts, also musste der rechts stehen. Da bin ich im jetzt gelaufene Schritte gelaufen. Das war ein Tumor. Richtig, richtig. Na ja. Und da waren sie wieder weg. Wieder 900 weniger. Na ja.